Ehe ich aus Freien bin und mit klaren Sinnen aus dem Leben scheide, drängt es mich, eine letzte Pflicht zu erfüllen. Diesem wundervollen Lande, was sie hier nicht zu danken, das mir und meiner Arbeit so gute und gastliche Rast gegeben hat. Mit jedem Tag habe ich dies Land mehr Leben gelernt und nirgends hätte ich mir mein Leben lieber vom Grunde auf aufs Neue aufgebaut, nachdem die Welt meiner eigenen Sprache für mich untergegangen ist. Meine geistige Heimat Europa hat sich selbst vernichtet. Aber nach dem 60. Jahr bedürfte es besondere Kräfte, um noch einmal völlig neu zu beginnen. Und die Weinen sind durch die langen Jahre heimatlosen Wanderns erschöpft. So halte ich es für besser, rechtzeitig und in aufrichtiger Haltung, ein Leben abzuschließen. Dem geistigen Arbeit immer die lauteste Freude und persönliche Freiheit und das höchste Gute dieser Herde gewesen. Ich grüße alle meine Freunde. Möge sie die Morgenröte noch sehen auf der langen Nacht. Ich, ein so ungeduldiger, gehe in den Voraus. Musik Ja, wie es in Marietas Lied so lautet, aus Kornholz toter Stadt im Text heißt, sterben trennt uns nicht. So war es auch bei Stefan Zweig und seiner Lebensgefährtin. Sie haben sich in Brasilien gemeinsam den Selbst, den Suizid ausgesucht und wurden eng umschlungen, aufgefunden.